Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es das weitere Update Video, zwar in Lasus Niegern. Wie man hier schön sehen kann, hier oben, ist eine weitere Arbeiterin geschlüpft. Und da auch. Das Licht ist gerade ziemlich schlecht, weil die haben das etwas verdreckt. Und durch die Erde, die hier ist, und hier vorne, kommt nicht unbedingt viel Licht rein. Aber, die Arbeiterinnen schlüpfen langsam. Es sind immer noch sehr viele Puppen da. Neues an Brut ist... Auch sehr viel vorhanden. Dieses Wachstum ist halt wirklich insane. Wenn die Eimern anfangen zu rollen, dann halt komplett. Richtig krank. Ich glaube, sie hätten sogar jetzt fast meine Crematogaster überholt. Ja. Ich will sie jetzt gleich auch nochmal füttern. Sie haben wie die Crematogaster eine Woche lang nichts bekommen. Ich will sie jetzt auch nicht zu schnell wachsen lassen. Obwohl, schaden wird es nicht, aber... Ich finde, so ein langsames Wachstum ist schon spannender zu beobachten. Aber selbst mit diesem langsamen Wachstum ist die Brut halt schon ein bisschen vorhanden. Aber beschweren kann man sich da eher weniger. So, das war es auch mit dem kurzen Update zu meinen Lars-Sneegern. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Und ich hoffe, es sehe ich beim nächsten Mal. Ciao.